Ah, was geht los? Ah, wie schön, okay. Hey Leute, willkommen! Wir spielen heute mal ein anderes Spiel und zwar auf meinem Handy, das ich per Bildschirmaufnahme aufnehme. Ganz spannend, das Spiel hat keinen Ton, merke ich gerade. Das heißt, ich werde keinen Sound haben oder ich werde irgendwas unterlegen, wir werden sehen. Und zwar ist es ein Kartensammelspiel und ich habe große Liebe für solche Spiele. Ich sammle gerne Sachen, von daher gucken wir mal, was ich in meinem Erstpack klicke. Und ich muss 25 Gold ausgeben für einen Pack. Okay, wollen wir im Pack-Road? Oh, kommen! Oh, das heißt, nichts Seltenes. Swipe to open, okay, also von links nach rechts bewegen. Oh, 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 wie süß! Pixie Spark, oh, ist eine Fernkämpferin und kommen, oh, okay. Oh, Poplash! Oh, Nummer 7. Froh Slam, oh, das ist ein schönes und eine sehr, wow. Die Karte ist beschäftigt. Graphic Ken, was ist das denn? Oh mein Gott, so süß! Und, oh, das war's. Ähm, ja, ich mache mal Next. Oh, das ist mein Buch. Jetzt muss ich einordnen. Okay, du warst Nummer 1, nee, du warst die 5 oder nicht? Du bist die 1? Du bist die 5. Ich dachte, die Zahlen da oben heißen, welche Nummer ihr seid. Oh Gott, anscheinend nicht. Woher weißt du, dass du die Zahl... Kann ich auch drehen? Nein, okay. So, und jetzt? Oh! Level 1, Stack Cards. Ich muss die Cards... Match Cards, okay, also gucken, welche Cards passen zusammen. Ich habe keinen Plan, wie lange der erst partiert. Werden sehen. Okay. Oh, verstehe. Oh, das war's schon. Gut, das war einfach. Was jetzt? Wir können ein weiteres Ding kaufen. Okay. Krivii selten? Nein, nein, ich bin... Nein, ich bin seltener. Okay. Na gut. Uh! Happy Leaf. Oder Hopi Leaf? Hopi Leaf. Gut. Cosmogu! Cosmogu sieht cool aus. Also das sieht fast aus wie eine seltene Karte. Kennyspark! Inferna... Was? Infernamanda? Okay, das... Die Karten sieht ziemlich realistisch aus, irgendwie. Ich finde es spannend, dass die ganz verschiedene Art-Styles haben. Ich mache es mal weiter. So, das kommt hier rein. Okay. Eine mit. Anscheinend gibt es eine Belohnung, wenn ich neun... Karten auf meiner Seite gesammelt habe. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Ich habe zehn Karten. Was jetzt? Uh! Level zwei. Combine Cards. Was ist das? Puzzle? Sieht so aus. Oh ne. Ach, warte. Ne. Ach Gott. So geht das. Je, ich habe wieder genug. Aber will ich schon ein Pack. Was kann ich noch machen? Oh. Kann für... Solche Währungen kann ich Packs kaufen. Kann Gems kaufen. Will ich nicht machen. Ich kann die Bilder... Werbung ausschalten. Ich kann ein Starter-Pack kaufen. Oh, und hier kann ich Sets kaufen. Oh, es gibt ein, zwei, drei, vier Sets aktuell. Gut. Ja, dann kaufe ich noch eins, I guess. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Mal aufmachen, bitte. Uh! Spec Threat. Das sieht sehr spannend aus als Karte. Oh! Level zwei. Ich kriege dafür 25 Gems. Okay, danke. Oh, bin ich level abgekommen. Surbleef. Frostflake. Und... Oh, ich habe Publash schon. Ich kriege einen Diamant dafür. Und wenn ich was kaufe, kriege ich das... Nee, will ich nicht. Vielleicht nächstes Mal. So, rein damit. Rein damit. Rein damit. Und das waren alle. Ich habe ein paar weniger als sonst. Na gut. Uh! Stack Cuts 3. Okay, man kriegt immer neue Minispiele. Das... Ich dachte, das wäre schon gestackt. Nein. Oh mein Gott, wie schwer. Kann ich auch Minispiele spielen, ohne eine Karte kaufen zu müssen? Also könnte ich jetzt auch einfach... Kann ich da hingehen oder so? Uh! Nee. Kann ich mal... Oh! Aha! Nee. Ich dachte, ich habe es rausgefunden. Kann ich einfach mal die Karten ansehen, irgendwie, ohne dass ich was kaufen muss dafür? Nee. Aber ich habe nur noch eine Karte oben. Noch ein Pack. Okay. Plupp. Letztes Pack. Oh, Hoppilief habe ich schon. Ah, jetzt wiederholen sich Sachen. Oh! Oh! Das war super traurig. Das... Ja. Okay. Schade. Combine Cards. Wir müssen wieder mal ein Puzzle machen. Das war falsch. Das ist richtig. Und das muss dahin. Und das muss dahin. Das muss da. Nein. Das muss da. Da und da. So, machen wir mal die nächste Reihe zu Ende. Einfach, damit wir alles schon mal haben. Eins meine ich noch. Und dann hört der erste Part auch schon auf. Das sind halt, wie gesagt, ganz kleine Parts, die nur ein paar Minuten immer gehen. Weil das war ja kein großes Ding. Oh mein Gott. Ah! Oh, was? Das ist neu? Oh. Ich dachte, das ist alt, irgendwie. Oh! Inferno Pooch! Ich habe die erst nicht gelesen. Uh! Palion. Okay. Jubeltide. Das war ein gutes Pack. Wir haben vier neue Karten bekommen. Mal gucken. Das ist, wie ist das erst noch mal? Ob irgendwas? Oh, die sehen Sie gut aus. Haben wir schon fünf von. Und dann haben wir zwei von. Und drei. Drei. Meine mit. Kann ich das gucken, wie heißt? Du hieß? Hoppling. Oh. Kürz, Baby. Okay, weil ich hier das next. Ich komme mal schnell noch ein Spiel, ne? Ja, da kann ich eine Challenge machen. Die mache ich aktuell auch noch nicht. Nein, will ich nicht. Geh weg. Oh, jetzt habe ich mehrere Sorten. Damit. Rauf damit. Rauf damit. Darauf. 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 Und jetzt darüber. Und das war doch so einfach. Hahaha. Und bei 100 Stellen kriege ich anscheinend ein neues Minispiel. Und das war's glaube ich erstmal. Ich gucke mal, was am nächsten Tag passiert. Das war aber halt eins. Wenn das Spiel interessant ist für euch, dann guckt es gerne an. Wenn nicht, dann ist es nur eine kleine Sache, die nicht den ganzen Kanal übernehmen wird. Ich wäre nur spannend, wenn man ein kleines Minispiel mal versucht. Und das Spiel gefällt mir an sich, weil es genau das tut, was ich mag. Und zwar Sachen sammeln. Was steht hier unten? Tournaments will be unlocked in 8 packs. Und coming soon kommt irgendwann. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Emma ist auch da. Tschüss Emma. Tschüss Emma. Tschüss. 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 Tschüss.